servus leute so ich bin gerade heimgekommen und ich würde euch bescheid sagen weil nicht jeder es noch weiß heute bin ich live auf twitch oder c crew ohne bindestrich einfach alles zusammen geschrieben oder c crew also in fünf bis acht minuten bin ich da live und dann wisst ihr wo ihr mich zu finden wenn ihr meine high round verfolgen möchte sehen wir uns gleich auf twitch wo der c crew yay and for all the english people i'll be live on twitch in five bis eight minutes so if you want to yeah see the high round how it goes on don't forget to tune in on twitch brothers bye bye see you soon und wenn nicht morgen wieder auf youtube leute if you don't have time or no twitch i'll see you tomorrow back on youtube but today we're on twitch bye bye peace out hey